3.1.2015. Hier findet gleich das erste Heimspiel der Rostock Seawolves in der heimischen Ospa-Arena statt. Die Gegner heißen RSV Eintracht und kommen aus Starnsdorf. RSV Eintracht heißt regionaler Sportverein Eintracht. Teltow Kleinmachno Starnsdorf kommt aus Berlin. Das heißt, es ist eine Partie des Tabellenersten gegen den Tabelleletzten. Die Berliner haben zuletzt fünf Auswärtsniederlagen in Folge verbuchen müssen. Die waren teilweise extrem knapp. Zuletzt in Recklinghausen haben sie sogar eine Verlängerung hinlegen müssen, aber dann dennoch verloren. Wir denken, die wollen, dass sie den Tabellenersten ganz unangenehm gestalten und vielleicht auch noch mal ein paar Punkte abnehmen.